Jennifer Lopez, dank Ben Affleck glücklich wie nie. Jennifer Lopez, 53, und Ben Affleck, 50, kuscheln in ihrem ersten gemeinsamen Video auf TikTok. J. Loh teilte den kurzen Clip mit ihren Followern. Sie ist ganz in weiß gekleidet. Er trägt einen grauen Pulli und kaut Kaugummi. Im Hintergrund hört man eine Stimme, guys edit it. Auf Deutsch bedeutet das sinngemäß so viel, Leute, ich habe es geschafft. Ich habe die Person gefunden, die mich so glücklich macht wie noch nie. Mit dem Video nehmen Benni Verteil an einer gerade aktuellen TikTok-Challenge. Dabei umarmen sich Menschen zu dem Geist edit it Zitat und zeigen der Welt ihre Liebsten. Im Juli dieses Jahres gingen Jennifer Lopez und Ben Affleck in Les Viges den Bund der Ehe ein, im zweiten Versuch. Die beiden Superstars waren bereits von 2002 bis 2004 lieret und sogar verlobt. Doch dann kam die Trennung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.